Yo YouTube was geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wir spielen wieder League of Legends und zwar den Modi Arena, zusammen mit Helga auch wieder, wir spielen gegen die Meta, wir picken nämlich Lucian und bauen das Ganze auf Lethality, der Kollege gerade allerdings geht mit der Meta und spielt Galio, damit wir einen Tanker an unserer Seite haben und das Ganze auch irgendwie funktionieren kann. Was daraus geworden ist, seht ihr selbst, viel Spaß mit dem Video. So, ich spiel jetzt mal eine Runde Lucian? Ja, mach mal. Spaß. Boah, you got me, bro, you got me. Hast du geglaubt, ne? Hab ich kurz gedacht. Wenn jetzt einer Lucian gepickt hätte, wäre ich crazy. Naja, gehört keiner. Na gut. Aber das Ding ist, ich glaube, so erfolgreich wie die letzte Runde lief mit ihm, ich glaube, da haben wir erster oder zweiter Platz gemacht. Ich glaube, das hing halt auch damit zusammen, wie ich Orkens nicht hatte, ne? Dieses doppelte Ult ist schon crazy gewesen. 100%. Also das nochmal zu hüten ist schon unwahrscheinlich, würde ich meinen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, was ist das? Jetzt, jetzt jemand band Lucian, auf Ansage. Oder jemand band Galio. Nein, das passiert nicht. Also nicht, dass man den Top, äh, ah, okay. Ja, ja, mein ich. Zum Glück hat keiner Lucian gepickt, ey. Alter, was ein Glück aber auch. Okay. Graga Sion, Jace Vai, Riven Seraphin, Lilia Tanon, Viego Malfight, Volibear und wer ist das? Shaiverna. Und, äh, wo ist Shaiverna? Vai und Kassadin. Wir müssen uns auf jeden Fall in dieser, in dieser Konstellation, die wir hier auf Discord immer unterwegs sind, wenn wir zocken, angewünscht, vielleicht mal weniger Beleidigung rauszuhauen. Weil ich hab das andere Video gecuttet und der ist wirklich anstrengend, jedes Mal diese Stelle rauszukutten, jedes Mal das Delfingeräusch rüberzuhauen. Aber irgendwie mag ich das Delfingeräusch auch. Ja, es ist, es ist nett, ne? Es ist nett, aber ich sag mal so, könnte ich mir auch schenken, ne? In der Bearbeitung des Videos. Ja, aber dann wär's ja auch langweilig, ne? True, true, true. Irgendwann, Digga, da ist so eine Stelle im Video, Digga, da wirst du einfach eine Minute, hört man diesen Delfin, Digga. Ja. Du. Ja, safe. Permanent Red und Blue Buff. You gain the Mountain Soul. Ich hab auf jeden Fall Amor Shred. Haben wir viele Tanks? Ja, ne? Da sind schon einige dabei, nehm ich mal mit. Da wollen wir sowieso Lethality Teams gehen. Mal gucken, was wird. Schauen wir mal, was wird. Jace und Vi waren das, ne? Ja, okay. Ich lass dich mal vorgehen. Nein, er nimmt die Pflanze. Komm mal oben. Ich ne Beine, die Pflanze. Egal, nimm du die, ich nehm die andere. Okay. So, jetzt guck, was ich mach. Nein, was? Das kann nicht sein. Oh, getauntet, easy. Am Ende war er ein bisschen knapper für mich auf jeden Fall. Okay, Shibana, Wohlibe. Ja, ich muss einfach hinter dir stehen. Ich will einfach nicht angegriffen werden. Ja, richtig. Sehr schön. Aber ab Level 6 wird schwieriger auf jeden Fall. wenn die ganzen Tanks da auf mich springen und sowas mit ihren Spells. Ja, Malfight und so wird halt hart, ne? Die Funken, die springen alle auf dich rauf und dann ist es vorbei. Ja, dann ist Instant tot, ne? Dann musst du halt einfach nur überleben, bis ich wiederkomme. Und dann wollen sie halt nochmal, dann bin ich wieder tot. Aha. Oh. Oh, 22 Lethality. Ich glaub, wir haben unser Item gefunden. Dustblade of Dractar. Ich hab immer mal Standard-Gargold-Fig. Oh, Kragas steht 4-0, Digga. Kragas, hier. Dann würd ich sagen, Kragas zuerst. Oder ist hier ungefährlicher? Ja, ich muss auf jeden Fall mit meinem Dash aufpassen. Ja, ich weiß es nicht, Digga. Hast du Flash-Up? Ja, ne? Ja. Gut. Auf jeden Fall die Jungen ulti dodgen, ey. Oh, nee, Digga. Nicht diese Map. Ja, das ist echt... Das ist RIP leider. Ja, stark. Ich ulti dich. Ja, Junge. Wichtig. Digga, was machen wir mit denen? Wir haben gar keine Chance. Digga, das war... Das war crazy, Alter. Ja, ja. Ich ulti ihn. Aber ich hab den auch direkt gezielt, Digga. Oh, hatte ich kurz ein Lack? Oh, was ist denn das hier? Hast du das gerade gesehen, dass ich hier so drauf war? Nee. Dann warst du die ganze Zeit hier. Okay, dann hatte ich einen kurzen Lack. Das ist nicht gut. Schlechtes Zeichen. Das ist ein schlechtes Zeichen, schlechtes Zeichen. Die Runde läuft bisher ganz gut. Digga, man kommt nicht mal rüber mit seiner E. Das ist crazy. Nein. Also die Map hätten die sich echt schenken können, Digga. Das bin ich dir ganz ehrlich. Ich hab Lacks. Nein. Doch. Pray to God. Oh mein Gott. Nein. Diego Melfight haben wir jetzt vor der Nase. Solange ich nicht einen längerfristigen Disconnect hab. Oder in den Runden alles gut läuft. Oder in den Runden alles gut läuft. Digga, hast du gesehen, wie ich einfach die ML-Fight-Ult gedasht bin, Digga? Wie ein King. Ich hab das so gerochen, dass er das machen wird, ey. Omni-Vamp, glaube ich. Ja, ja, ich bin Omni-Vamp. Ich bin wieder diese Drecks-Map hier, Digga. Ich bin schlafen gegangen, Digga. Nice. Hast du, ne? Aber bei der Map darf ich ja eigentlich halt nicht in so einen engen Raum gehen, weißt du? Nee, nee. Das hat, dann bist du richtig, äh, genudelt. Ja. Schön, dass du mir das Geräusch erspart hast. Ja, richtig, ne? Was hat denn hier Lethality noch, Digga? Lethality, Lethality, Lethality. Komm, gib mir was mit Lethality. Irgendwas. Das hier hat Lethality noch. Kasadin Huawei haben wir jetzt vor der Nacht. Hellfire, Anti-Tank. Ja, das klingt gut. Nämlich mit. Wen haben wir? Äh, Kasadin Huawei. Ja, die nutzen wir. Ja, die Map ist auch, die ist besser auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall besser. Muss auf jeden Fall aber in meiner Nähe immer sein, ne? Ich kann nicht allein, okay, nehmen wir kurz hier den Dings-Map. Oh, Alter, was ist das? Was von hoher bei? Ja, die spielen das auf jeden Fall schlau, Digga. Komm, bist du dir? Nice. Sehr schön. Wo ist der andere? Da oben. Digga. Okay, sehr gut. Hat er aber echt gut gespielt, Digga. Die ganze Zeit abgenommen und so. Ja, ja, und Kasadin aber auch, Digga. Ja, ja. Okay, Ability Haste und Attack Speed kann ich mitnehmen. Tue ich auch. Ja, Mann, man. King Riven, Seraphine. Digga, guck dir, Mensch. Das ist so geisteskrank, ey. Aber fast 50k Schaden? Digga, schon krass. Riven, Seraphine. Okay. Riven auf jeden Fall. Ja, am besten stunst du die und ich ult einfach rein. Ja, ja. Ja, genau so. Genau so. Ja. Das ist so geil, Digga. Junge, ich sag dir, die Eternity Lucian mit der Ult. Einfach ein Tank an der Seite. Ich weiß nicht, warum er Platz 69 ist, Digga. Und verdient, ne? Unterschätzt das mal nicht. Genau. Unterschätzt das mal nicht. Oder bei euch. Unterschätzt das mal nicht hier. Auch hier im Norden wird die Lucian gespielt. Oh. Oh, your abilities can griddly strike. Das ist krass. Das ist krass. Also die anderen zwei sind kacke und ich will nicht reloaden. Ich nehm das auf jeden Fall, Digga. Oh, das ist geil. Das ist geil. Das hätte ich gerne. Ja, aber das bringt mir leider nichts. Zweimal zu ulten? Nee. Leider nicht. Ich krieg Leben, wenn ich jemanden immobilisiere. Wir bleiben hier. Und schild, wenn ich jemanden. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. So, sie sollen kommen. Du machst dann gleich hier was. Ah, ausweichen. Okay. Mal einen zurückwerfen. Ja, ich versuche hier zu, mich zu verstecken. Ah, ich hab getroffen, ja nicht. Easy. Oh mein Gott. Oha, das hat geknallt. Ja, dann lass mal gleich Angriff gehen, bitte. Ja, müssen wir auch. Also, du gehst gleich einfach rüber und ich ulti von hier. Ja, Junge, wichtig. Ich ulti? Ja, Junge, Baba. Diese Taktik ist auch so unfair, ne? Oh, du musst dich entscheiden. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Ja, eigentlich ist das gut. Das ist gut. Okay. Junge, 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 Junge. Gagation wieder. Ah, das ist einfach. Ja, ja, das ist einfach. Direkt f***en. Direkt f***en. Ja, du hast ihn einfach nebenbei getötet. Du hast einfach den Junge nebenbei getötet. Er rennt uns da durch. Kragas, ich save dich. Ich will dir helfen. Ich rette dich. Und dann einfach geplappt. Okay, was zum... 27% Attack Speed. Waaah, lohnt sich mittlerweile gar nicht mehr bei mir. Da noch rauf zu gehen. Nichts so Runde skippen wir. Ach, echt? Ja. Ich rerolle mal. Ich hab vier rerolls. Komm, Abfahrt. 22% Crit Chance. Ja, dann hab ich 100% Crit. Nehm ich mit. Was ist das? Viego Malfight gegen Jace bei... Waa, Aua. Ja, Digga. Solche Spats sind immer weh. Wir könnten halt auch genauso verlieren, ne? Wenn ich einmal direkt gehittet werde. Ja, ja. Wir müssen halt hier immer so spielen, dass du raufgehst und nicht einfach eine Ulte von hinten. Boah, dieser Viego sieht auch schon crazy aus, Digga. Ja, haben wir gegen dich schon gespielt? Ja, ja klar. Wir haben eh schon gespielt. Okay. 3500. Dann verkaufe ich mal das Starter Item und hol mir... Nein, es fehlt 250 Gold. Scheibenkleister, Digga. Scheibenkleister. Okay, was geben wir, was geben wir als letztes? Äh, Malfight, das heißt, ich nehm noch mit Mortal Reminder oder... Ja, was hast du verkauft? Meine Schuhe. Äh, meine Schuhe, mein Starter Item. Achso. Ich nehm Mortal Reminder noch mit. Und Stat Bonus hol ich mir auch nochmal. Ja, nochmal Ability Haste ein bisschen, ne? Oh, nee. Ja, ist okay, ist okay. Ich steh einfach hinter dir. Er will direkt rüberkommen. Oh, okay. Er will direkt rüberkommen. Ja. Ja. Hast du den? Nimm die Pflanze, nimm die Pflanze. Kannst du mich wiederholen? Gott, Digga, das ist anstrengend gerade. Oh mein Gott, Digga. Digga, das war ein Kloß, Digga. Dass ich da... Oh mein Gott. Wenn ich meine E mache, dann kommt dieses... Dieses Earthwake, Digga. Das kann ich nehmen. Ja, das nehm ich. Das nehm ich auf jeden Fall mit. Und ich hol mir nochmal Stat Bonus für die Sicherheit. Ja, nochmal 27 AD. Komm. Abfahrt. Ich hab dieses Ding. Ja, geil. Digga, guck dir den Schaden, was die wir machen, Digga. Digga, das ist krass. Jetzt gegen YJs. Wir gehen einfach rein. Einfach rein. Ja, einfach. Du musst einfach wieder rein dingsen und dann ist gut, Digga. Das ist genau das, was hätte nicht passieren dürfen. Ja. Nein. Nein. Ja, weil Y hat mich halt geultet, ne? Ich konnte nix machen. Aber das ist erster Loose. Ist okay, Digga. Ist okay. Sagen Sie so, das ist okay. Das ist super. Das sagen Sie jetzt. Ich nehme Guardian Angel, oder? Ja, ja. Würde ich sagen. Aber wir skippen wieder. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal Zweiter, weil irgendjemand muss von ihm verlieren. Ja, aber trotzdem. Ich will Erster werden. Ja, ja. Digga, erste Runde verloren. Das ist echt anlucky, ey. Du musst dich echt weit einfach hinter mich stellen, Digga. So, mal gucken jetzt, Digga. Die beiden wieder. Ja. Ja, auf K einfach, der Vigo. Ja. Hat schon aufgegeben. Schade, Digga. Ich hätte lieber gegen Vigo, äh, gegen... Mayfight, ne? Ja, safe. Safe, safe. Vor allem gerade, weil ich das GA habe. Weißt du, er Mayfight ultet einmal. Und dann, ja, bin ich GA. Und dann ist es over. Wir werden ge-polymorphed. Echt? Ja. Oh, ich hole mir nochmal Lethality. Ich hole mir drei Stat-Bonus hier ab, ne? Mach ich einfach. Ja, würde ich auch sagen. Ja, nochmal ein bisschen Attack-Speed, Ability-Haste. Komm, bin mit. Nochmal. Nochmal Lethality, ja. Ne, nochmal AD. Ja, ist mir gut. So, Digga. Das müssen wir jetzt machen. Einfach, du musst sie einfach stunnen und ich ultere. Mehr machen wir nicht. Ja, das ist natürlich die besch***te Map dafür jetzt, ne? Vorsicht. Nein. Oh ja, wichtig, gut. Ja, wichtig. Ja, ha, 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 ha. Geiles Play oder was? Nee, Junge. Aber er hat noch 5 HP. Oh mein Gott. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Egal, ich hab mein GA noch. Ich hab mein GA noch. Wir machen es einfach nochmal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich verkaufen soll, ob ich mir ein besseres Item holen kann. Nee, ich verkauf gar nichts, Digga. Ich bleib genauso. Ich hol mir hier einfach nochmal Dings. Ich hol mir hier Stats ab. Das war's, Digga. Mehr mach ich nicht. After using an Ability, reset your attack speed for your next ability. Ich schimm einfach das, Digga. Und nochmal einen Stats-Bonus. Digga, ich hab 27 Stats-Bonus geholt, glaub ich. Also insgesamt. Ich hab so viele, ey. Digga, wir haben uns zu früh gefreut, Digga. Ja, Digga, nein. Aber die Map ist gut, die Map ist gut für uns. Oh mein Gott. Alles cool, ich hab GA, Bro. Ich hab GA. Ja, jetzt aber, Digga. Ja, Digga. Oh mein Gott. Lethality-Lusion, Digga. Es war also echt nicht nur Glück beim letzten Mal, sondern ich sag dir, Digga, dieser Call ist krass. Gerade mit Galio auch. Du hast Digga die so auseinandergenommen, weil es war so ein bisschen. Ja, 63 ist halt aber auch einfach geil, Digga. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, ey. Ja, Mann.